Moment, was hat dieser verrückte Bastard gesagt? Das Nichts? Wir sind im Nichts? Hier gehen doch die Menschen in, wenn sie träumen, oder nicht? Ach, eins sag ich euch. Irgendjemand wird sich hier noch gewaltig vor Schmerzen krümmen, bevor ich mich wieder verabschiede. Hier scheint diesen Kater wirklich zu mögen, Anders. Es ist eher so, dass er mich so gerne mag. So ist es doch nicht wahr, Söner, so weit? Findet ihr diesen Namen nicht ein wenig? Alba? Wie soll ich ihn in eurer Meinung nach nennen? Friedrich? Gut, ich schätze, es gibt tatsächlich schlimmere Namen. Soll ich euch einen Stuhl holen, mit dem ihr wenig länger am Natten sitzen müsst? Soll ich euch einen Stuhl holen, mit dem ihr wenig länger am Natten sitzen müsst? Soll ich euch einen Stuhl holen, ist es... Soll ich euch einen Stuhl holen? Das war's. Aber selbstverständlich. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Es ist gut, das sofort zu erledigen.